In dieser Aufgabe zur Algebra 1 sind alle irreduziblen Polynome kleinen, sehr kleinen Grades, über den endlichen Körpern F2 und F3 zu bestimmen. Also zwei Teilaufgaben, einmal der Körper F2, der ja nur eine 0 und eine 1 hat, rechnen Modulo 2, und der Körper F3 mit drei Elementen 0, 1, 2 oder 0, 1, minus 1 könnten wir genauso schreiben. Und in Teilaufgabe A wollen wir jetzt alle irreduziblen Polynome vom Grad kleiner gleich 4 über F2 bestimmen, also im Ring F2 atyongiert x. Vielleicht kurze Beobachtung oder Vorgehensweise, Idee. Wir sind ja hier bei Polynomen über Körpern. Körper F2 oder F3 sei K ein Körper. Was ist da klar beim Thema irreduzibel im Polynomring? Also nehmen wir einen Körper und nehmen wir ein F aus K atyongiert x. F aus K atyongiert x dann gilt. Ja, zunächst mal ist klar, wenn das Polynom Grad 1 hat, dann ist es über einem Körper sicherlich irreduzibel. Also Grad von F gleich 1. Diese Polynome sind irreduzibel in K atyongiert x irreduzibel. Denn so ein Polynom vom Grad 1, das kann ich ja nur zerlegen in eine Konstante, mal wieder ein Polynom vom Grad 1. Und diese Konstante ist dann eine Konstante ungleich 0 und damit eine Einheit über dem Körper K. Vielleicht noch so kurz nebenbei erwähnt, also überringen muss das dann nicht mehr oder ist das dann nicht mehr unbedingt so, zum Beispiel in z atyongiert x, wenn wir da ein Polynom haben, dieser Form 2x plus 4. Da können wir jetzt sehen, wir können 2 ausklammern, also 2 mal x plus 2. Ja, und über z wäre das jetzt eine echte Zerlegung sozusagen. Also da wäre dieses Polynom insgesamt nicht irreduzibel. Nicht irreduzibel. Denn über z hätte ich ja hier vorne zwar auch eine Konstante, aber eben keine Einheit stehen. Konstante, die nicht 1 oder minus 1 ist im Ring z. Also über dem Ring z, das heißt also bei Polynomen in z atyongiert x, wäre sowas hier eine echte Zerlegung. Aber wenn wir wie hier oben über einem Körper sind und ich kann dann nur so eine Konstante ausklammern, dann ist das keine Zerlegung, die verhindert, dass das Polynom irreduzibel ist. Ja, und weil das hier über z oder über anderen Ringen dann eben so aussieht, über faktoriellen Ringen, war das dann noch nötig, in der Vorlesung weitere Untersuchungen zu machen. Thema primitive Polynome, Inhalt. Also hier wäre eben der Inhalt 2, den man hier so ausklammern kann und dann bleibt ein primitives Polynom übrig. Aber das, genau, war jetzt nicht mehr Thema in dieser Tutorübung. Das war dann eben den nächsten Abschnitt in der Vorlesung. Gut, also zurück zu dem, was wir hier haben. Wir haben einen Körper, Polynome vom Grad 1, die sind sicher irreduzibel. Was können wir sagen über Polynome vom Grad 2 oder 3? Ja, da müssen wir im Prinzip nur die Nullstellen anschauen. Also sagen wir, wir haben ein Polynom vom Grad 2 oder 3. Polynom vom Grad 2 oder 3. Dann gilt, das Polynom ist irreduzibel, irreduzibel im Polynomring über diesem Körper, also in K adjongiert X. Genau dann, wenn F hat keine Nullstellen, hat keine Nullstellen in K. Ja, denn wenn F eine Nullstelle hätte, wenn F eine Nullstelle hätte, dann könnte ich ja die Nullstelle wegdividieren, Polynom-Division, also dann hätten wir ja sowas. F ist Linearfaktor mit der Nullstelle mal irgendein Polynom G und dann wäre das eine echte Zerlegung. Hier wäre dann der Grad 1 oder 2, je nachdem würde übrig bleiben, also jedenfalls nichts Konstantes. Das heißt also, das wäre dann eine Zerlegung, dann wäre F sicherlich nicht irreduzibel. Und umgekehrt, wenn F irreduzibel ist und wir sagen jetzt, wir schauen uns aber gerade nur Polynome vom Grad 2 oder 3 an. Naja, in einer Zerlegung F gleich G mal H, wenn F Grad 2 oder 3 hat, muss ja dann einer der Faktoren Grad 1 haben. Wenn ich so ein Polynom vom Grad 3 zum Beispiel zerlege, dann hätte einer der Faktoren Grad 1, der andere Grad 2. Naja, und der Faktor vom Grad 1, der ist ja im Prinzip ein Linearfaktor, also in jedem Fall steckt in dem eine Nullstelle drin. Also wenn F Grad 2 oder 3 hat und es wäre nicht irreduzibel, es ließe sich zerlegen, dann hätte es sicherlich in einem der Faktoren eine Nullstelle und damit auch insgesamt eine Nullstelle. Also bei Polynomen vom Grad 2 oder 3 über einem Körper können wir die Frage, ob es irreduzibel ist, auch so übersetzen, hat das Polynom Nullstellen in diesem Körper. Ab Grad 4 wäre es natürlich auch denkbar, dass das Polynom nicht irreduzibel ist, sich zerlegen lässt, aber in Faktoren, die auch keine Nullstellen haben, zum Beispiel in zwei quadratische Faktoren, wenn es Grad 4 hat oder sowas. Sowas müssen wir hier also in dieser Aufgabe beachten, aber da hier nur irreduzibel Polynome hier vom Grad bis zu 4 und hier vom Grad bis zu 2 gesucht sind, geht es im Wesentlichen dann hier um die Frage, Polynome ohne Nullstellen zu bauen oder zu finden, alle aufzuschreiben. Ja, und da könnt ihr gerne auch wieder selber versuchen, alle diese Polynome zu finden, den Teilaufgaben kurz das Video pausieren und dann mit der Lösung vergleichen. So, dann bitte mal die eigenen Ergebnisse mit der Lösung hier vergleichen. Also zunächst mal bei Teilaufgabe A über dem Körper F2. Gut, wir haben da immer nur zwei Elemente, 0 und 1 zur Verfügung, dementsprechend landen wir hier oben auch bei zwei Polynomen vom Grad 1, x und x plus 1. Dann gibt es nur ein irreduzibles vom Grad 2. Die anderen vom Grad 2 haben alle eine Nullstelle. Im Prinzip, wenn wir keine Nullstelle haben wollen bei 0 und 1, also gut, 0 ist leicht, da dürfen wir hier hinten, also muss hinten unbedingt das plus 1 stehen. Es darf, ja, es muss diesen konstanten Term plus 1 hinten haben, sonst wäre ja x gleich 0 eine Nullstelle. Und wenn 1 keine Nullstelle sein soll und wir rechnen hier in F2 Modulo 2, dann müssen wir also eine ungerade Anzahl an Summanden haben, damit 1 eingesetzt nicht 0 ergibt. Also wir brauchen immer eine ungerade Anzahl an Summanden, deswegen finden wir hier zum Beispiel diese Polynome als irreduzible Polynome vom Grad 2 und 3. So, wie ist das jetzt beim Grad 4? Da darf das Polynom natürlich wieder keine Nullstelle haben, also brauchen wir wieder eine ungerade Anzahl an Summanden. Und dann müssen wir aber noch beachten, ein Polynom vom Grad 4 könnte auch ein Produkt von zwei Polynomen vom Grad 2 sein. Wir haben aber nur ein einziges irreduzibles vom Grad 2 hier oben gefunden, also das ist die einzige Möglichkeit, dass wir ein Polynom vom Grad 4 haben, das keine Nullstelle hat, aber nicht irreduzibel ist, wäre dann, wenn es zweimal diesen Faktor hier als quadratischen Faktor hat, also genau dieses Polynom zum Quadrat, das ist dann genau dieses Polynom, x hoch 4 plus x² plus 1, was wir sozusagen aus der Liste der Polynome vom Grad 4 auch noch mit rausstreichen müssen, weil es hat zwar keine Nullstelle, es hat ja auch diese Form hier mit einer ungeraden Anzahl an Summanden, also ist 1 keine Nullstelle und 0 ist auch keine Nullstelle, aber es ist eben nicht irreduzibel, weil es dieses einzige quadratische Polynom, was irreduzibel ist, selber zum Quadrat ist. Ja, deswegen findet man genau diese Liste an Polynomen über dem Körper F2. Über dem Körper F3, Teilaufgabe B, sind nur die normierten Polynome gesucht, wir könnten die ja auch alle noch durchmultiplizieren mit der Zahl 2 oder minus 1, dann würden wir noch doppelt so viele finden sozusagen, also deswegen suchen wir hier gleich nur die normierten irreduziblen Polynome und jetzt hier auch nur vom Grad kleiner gleich 2, damit es eine kurze Aufgabe bleibt und da sind natürlich wieder die drei möglichen Faktor-Linearen-Polynome sind auch irreduzibel hier und die Polynome vom Grad 2, da muss ich also ein bisschen rumprobieren, die dürfen wieder 0 nicht als Nullstelle haben, also brauche ich unbedingt hier hinten einen konstanten Summanden und sie dürfen 1 und minus 1 nicht als Nullstelle haben und man findet dann genau diese drei Polynome vom Grad 2, die keine Nullstelle haben über F3, die also damit irreduzibel sind.